Minecraft Roadway Okay, ein weiterer Tag im Dönerladen und meine Zutaten sind alle da, check. Und wir bereit für den nächsten Kunden. Hallo. Hallo, ich habe noch eine kleine Frage an dich. Bei der braunen Holzbrücke, weißt du was da hinten ist? Weil ich habe schon ein paar Stadtbewohner gefragt, die waren da anscheinend alle noch nie. Nein, ich war da auch noch nie. Keine Ahnung, was so ist. Okay, können wir da mal rauf gehen? Ja, können wir machen. Okay. Auf mich? Ja. Wo bist du? Ah. Okay, komm. Komm. Ja. Wow, was ist das? Keine Ahnung. Wow. Dem seine Augen leuchten. Okay. Ist das... Das ist ein Mechanismus. Da wollte irgendjemand... Immer diese Kinder. Hallo. Hä, Herbert? Da hat gerade jemand Hallo gesagt. Was du's? Nein. Jetzt verarsch mich nicht. Nein, das bildest du dir höchstwahrscheinlich nur ein. Hallo. Schon wieder? Hey, jetzt. Hast du Hallonisationen? Anonymisationen? Das heißt... Anonymisationen, oder? Du musst reden lernen und ich hab das nicht. Bitte. Okay. Jetzt, hör auf. Aber du weißt, was ich meine? Ja. Wie viele Finger hab ich? Wie viele Finger zeig ich? Drei. Okay, ja, stimmt. Hi, ich bin Frank. Hä? Da hat gerade jemand gesagt, Hi, ich bin Frank. Du bist... Bitte. Nein. Hier, schau mal den Mund an. Hier. Ich sag jetzt nix. Aber hier sind Boxen versteckt. Hier? Nein. Ey, jetzt verarsch mich halt nicht. Nein, ich bin das nicht. Hä? Wie, aber... Hi, wie geht's euch? Wieder gesagt, hi, wie geht's euch? Keine Ahnung, wer hier spricht. Die Steinstatue vor dir, natürlich. Okay. Okay. Die Tentkunft? Die Steinstatue vor dir. Ja. Wahrscheinlich. Es hat gerade gesagt, die Steinstatue vor dir. Die spricht. Nein. Jetzt hat sie gesagt, die spricht wahrscheinlich. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Hat sie schon wieder gesagt. Ey, das... Ey, ja, mir geht's gut, aber ich hab gerade ne Steinstatue entdeckt, die reden kann. Also, die Steinstatue redet. Ja, hat sie doch gerade gesagt, bist du irgendwie taub auf beiden Augen. Äh... Entschuldigung, ich bin ganz verwirrt. Okay. Bitte. Äh, ja, mir geht's gut. Warte, ich kommuniziere mal mit dir. Warum können deine Augen blinken? Hallo? Was sagt sie? Wie geht's dem komischen Winzling neben dir? Ja, sie hat gesagt, wie geht's dem komischen Winzling neben dir? Oh, ja, okay, mir geht's relativ prickelnd. Wenn mir der Spass mal meinen Karottendöner geben würde. Ich... Ja, du kriegst ja nach deinen Karottendöner, okay? Okay, ja, gut. Hab gemacht. Ja, w... 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 Wann bist du hier? Und warum kennt dich keiner? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Danke. Ja, okay. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich dir jetzt deinen Karottendöner gebe, oder? Ja. Komm mit, äh, boah. Also, diese Stadt ist echt komisch, oder? Also, Karottendöner und Steinstatuen, die sprechen. Karottendöner sind zwar ganz normal, aber... Karottendöner sind nicht normal. Und jetzt komm, Karottendöner sind normal. Du kriegst deinen scheiß Döner. Okay, äh, hier. Dein Karottendöner. Wieder das Sonderangebot des Tages. 64. Ich wiedergab... Gab es das schon mal? Ja. Es gibt schon den ganzen Tag. Weil es des Tages für... Ach. Egal, ihr seid wahrscheinlich nicht so gut in der Schule. Ähm. Was soll das jetzt heißen? Ich studiere. Du kennst keine Schule, oder was? Ich studiere. Achso. Äh, ich studiere. Also, halt du bloß im Maul, du. Halt du dein Maul, du. Hauptschulabschließer. Entschuldigung. Und außerdem war ich Realschule. Okay. Wow. Okay, ähm. Und jetzt lauerst, arbeitest du... Jetzt bist du so tief gesunken und arbeitest in einem Dünnerlad. Das ist cool. Vor allem mit dir. Wieder Freunde. Okay. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Weißt du, was da ist? Bei der Brücke, ja. Bei welcher? Bei der Orangen oder bei der... Bei der Holz. Ja, das ist der Bayer, das alles. Bist du dumm? Scheiße, ich hab die scheiß Tür rufen lassen. Du hast gesagt, drei, zwei... Ja, zwei, oder? Der hat jetzt so... 30 oder 90. Äh, unter Bayern. Okay. Deswegen, ich bin auch mal gefallen. Scheiße. Geil, er sauft sich erst einmal rein. Dann wäre ich bereit für den ersten Kunden. Mein Stichwort. Du gehörst! Er wird... Geil, er sauft sich erst einmal rein. Geil, er saubere.